Lektion 123 Ein Kurs in Wundern, Kreutow Verlag Ich danke meinem Vater für seine Gaben an mich. Lass uns heute dankbar sein. Wir haben sanftere Pfade und ebenere Wege erreicht. Da gibt es keinen Gedanken an eine Umkehr und keinen unerbittlichen Widerstand gegen die Wahrheit. Ein schwaches Zaudern ist noch übrig. Einige kleine Einwände und ein leichtes Zögern. Aber du kannst wirklich dankbar sein für das, was du gewonnen hast. Es ist viel mehr, als du bemerkst. Ein Tag, der jetzt der Dankbarkeit gewidmet ist, wird dir den Vorteil bringen, einige Einsicht zu erhalten in das wahre Ausmaß allen Gewinns, der dir zuteil geworden ist, der Gaben, die du empfangen hast. Freue dich heute in liebevoller Dankbarkeit. Dein Vater hat dich nicht dir selber überlassen, noch hat er dich alleine in der Dunkelheit irren lassen. Sei dankbar, dass er dich vom Selbst errettet hat, von dem du dachtest, du habest es gemacht, um an seine und an seiner Schöpfungsstadt zu treten. Sag ihm heute Dank. Sag Dank, dass er dich nicht verlassen hat, dass seine Liebe immer da und ewig unverändert auch weiter auf dich scheinen wird. Sag auch Dank dafür, dass du unveränderbar bist. Denn der Sohn, den er liebt, ist ebenso unveränderbar wie er selbst. Sei dankbar, dass du erlöst bist. Freue dich, dass du eine Funktion in der Erlösung zu erfüllen hast. Sei dankbar, dass dein Wert bei weitem deine dürftigen Gaben und deine unbedeutenden Beurteilungen desjenigen übersteigt, den Gott als seinen Sohn eingesetzt hat. Heute heben wir unsere Herzen in Dankbarkeit hinauf über die Verzweiflung, schlagen unsere dankerfüllten Augen auf und schauen nicht länger hinunter in den Staub. Wir singen heute den Gesang der Dankbarkeit zu Ehren jenes Selbst, von dem Gott wollte, dass es unsere wahre Identität in ihm sei. Heute lächeln wir jeden an, dem wir begegnen und gehen leichten Schrittes hin, das zu tun, was uns zu tun bestimmt ist. Wir gehen nicht allein und sagen Dank, dass ein Freund in unsere Einsamkeit gekommen ist, um uns das erlösende Wort Gottes zu sagen. Dank sei auch dir, dass du ihn angehört hast. Sein Wort ist lautlos, wenn es nicht gehört wird. Indem du ihm Dank sagst, gebührt der Dank auch dir. Eine ungehörte Botschaft erlöst die Welt nicht, wie mächtig auch die Stimme und wie liebevoll die Botschaft auch immer sein mag. Dank dir, der er hörte, denn du wirst zum Boten, der seine Stimme mit sich bringt und sie immer wieder rund um die Welt ertönen lässt. Empfange heute Gottes Dank, wenn du ihm Dank sagst. Denn er möchte den Dank, den du sagst, dir schenken, da er deine Gaben in liebevoller Dankbarkeit empfängt und sie um tausend und um hunderttausend Mal vermehrt zurückgibt, als sie gegeben wurden. Er wird deine Gaben dadurch segnen, dass er sie mit dir teilt. So nehmen sie an Macht und Stärke zu, bis sie die Welt mit Freude und mit Dankbarkeit erfüllen. Empfange seinen Dank und bringe ihm den Deinen heute zweimal eine Viertelstunde dar. Dabei wirst du begreifen, wem du dankst und wem er dankt, wenn du ihm dankst. Diese heilige halbe Stunde, die du ihm gibst, wird dir zurückgegeben werden in Jahren, für jede Sekunde, als eine Macht, die Welt um Ewigkeiten schneller zu erlösen, durch deinen Dank an ihn. Empfange seinen Dank und dann verstehst du, wie liebevoll er dich in seinem Geist bewahrt, wie tief und grenzenlos er für dich sorgt und wie vollkommen seine Dankbarkeit dir gegenüber ist. Erinnere dich jede Stunde an ihn zu denken und ihm für all das zu danken, was er seinem Sohn gab. Damit er sich über die Welt erheben und sich an seinen Vater und seinen Selbst erinnern möge. Ich danke meinem Vater für seine Gaben an mich. Erinnere dich.